Dein herzliches Willkommen zurück zum weiteren Kampf hier bei Pokémon Techniques auf Nintendo Switch am nächsten 6.2022 mit mir vor der YouTube Let's Play-Satz-Hobby. Wenn ihr es wieder eingeschaltet habt, vergesst nicht schon mal einen Daumen nach oben zu gehen und ein Abo. Und dann bis gleich. So, da haben wir einen. Wen haben wir? Das ist die Vanessa aus Deutschland. Weiß sie, Krankenaufstieg, Gruppe E1. Okay, natürlich kann ich es nicht gestatten. E1, sie nimmt mir viele Punkte weg. Sie kriegt zwar keine, weil sie nur aufsteigt, aber sie nimmt mir sehr viele Punkte weg. Also von daher tut es mir leid, wenn ich dich doch eventuell besiegen muss. Okay. Hm. Hm. Also von der ok aber gut gemacht bis jetzt war näser sie will gewinnen ouch ja 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 Bis zum nächsten Mal. Es tut mir leid, Vanessa. Aber gut gekämpft. Also, ich würde dir den Rang auf Sieg wirklich gönnen. Aber ich kann nicht. Ich würde zu viele Punkte verlieren. Es tut mir echt leid. Gib nicht auf. Du wirst aufsteigen. Das weiß ich. Du kämpfst gut. Bleib dran. Und euch danke fürs Zuschauen. Bleibt auch dran. Bis zum nächsten Teil. Bei Pokémon Techniques auf den Teller Switch. Mit mir von der YouTube jetzt fährt es als Hobby. Daumen hoch und nicht vergessen. Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.